Der gute Seraph ist auf dem Weg zurück in die Stadt. Und ich hoffe, das war der richtige Weg jetzt. Ja, sieht gut aus. Ah, wir laden. Ah, hallo. Oh, natürlich. Natürlich. Noch mehr Ghule. Und da sind wir zurück in der Stadt. Oh Gott, das muss man sehen. Und... retten. Oh, wow, wow, wow. Zu. Klappe halten. Oh, du lachst. Oh, du lachst. Oh, bam. Weg mit dir. Oh, jawoll, den auch gleich. Woll, alter. Noch einer. Oh Gott, haben wir wahrscheinlich schon hin zu spülen. Das ist genau so. Oh, ho, 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 nice. Ja, doch. Da kann man nicht hin zu spülen. Ich versuche einfach mal wegzurennen. Hier geht es wohl nicht weiter. Hau ab. Oder war es das jetzt doch? Ich bin mal vorsichtig optimistisch. So. Jetzt kloppen wir erstmal den Scheiß kaputt. Nope, nope, nope. Nichts. Nope. Aha. Das ist eine dunkle Truhe. Hm. Aha, da oben. Das sieht gut aus, ja. Und hier scheint es aber eher nicht reinzugehen. Nee, ich muss bestimmt da oben hin. Neun ist mein guter Bogen. Oder? Ja, mal gucken, ob das geht. Ja. Hm, sie geht so. Ah, Secret Area. Ja, okay. Mana, rubbish, health kann ich immer gebrauchen. Gut, gut. Da drin brennt's nur, ist aber nix. Ja, wo, wo soll's denn jetzt weitergehen? Und was haben sie mit dem anderen gemacht? Hm. Die Brücke sieht doch einladend aus. Irgendwie muss ich zur Brücke kommen. Da nicht. Hm. Hier ist ja auch nix. Hä? Ich seh's gerade nicht. Wohin? 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 Da ist auch nix drin. Vielleicht einfach da hoch, hm. Uh, uh. Uh, uh. Okay. Dagger, Frost, hm. Haben wir den schon? Nee, die sind neu. Freezes enemy. Use power strike to perform magic. Attack once weapon is charged. Okay. Okay. Ja, die Bücher können wir wegtunen. Sanctuary scroll. Das können wir mal austauschen, so. Ein Skillpunkt. Naja. Okay, aber ich glaub, hier sind wir richtig. Äh, lol. Okay. Nochmal hoch. Nochmal da rein. Wahrscheinlich müssen wir hier... Ja. Eindeutig. Ihhh. Haha. Ja, ich bin ein Dula. 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 Ja. Ja... Ja, ich bin ein Dula. Wie tut es mir da dran? Ja. 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 Jetzt hab ich alles zerschnetzelt und der Danken ist... ...glaub ich auch am Arsch. Was? Schmerz. Was? Okay. Danke. Was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht einfach aufhören und schlagen. Ah. Hallo? Oder ist er das? Hey! Du musst bist Saren. Ja. Und du bist Percy? Kannst du mich in die Necropolis führen? Oh, sicher. Through the Aquaducts. I used to work on the Aquaducts. There's a path through the Flow Valves. How do we get there? How? Tell me quickly. Come on. So forceful. Hmm? Cycloops sitting right across the path. No one's getting anywhere with him there. Get me to the Valve Control House and I'll get you inside. But now, there's an undead Cycloops outside. I'm not going unless you can kill it, find another route, oder lege ihn weg, während ich zum anderen Seite des Stadts gehe. Ich zeige ihn an. Seid ihr Kraft für Erend hier. Adrenalin, fuck yeah! Okay, ziehen wir's durch. Percy! Alles abgeschlossen. Ich werde ihn töten. Geh weg! Geh weg! Das fühlte gut. Was? Genau jetzt? Was? 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 Naja, war eigentlich gar nicht mal so schlecht gedacht. Du kommst hier nicht neu, ich schieße dich dort halten. Oh Mann, wenn ich denn mal treffen würde. Ah, Dreckblau. Der ist ja zählend. Ah, ah, ah. Wo war jetzt? Kann ich mir dann nicht alles wissen, hier. Okay. Scheiße. Der ist es halt doof. Okay, jetzt. Jep. Jep. Super. Ja Junge, kannst du jetzt vielleicht mal... Was ist verkehrt mit dir? Ja. Das Ding riecht wie totes Fleisch. Natürlich, es ist tot. Es serviert Erend hier. Jetzt schaue auf den Augen. Ja, okay. Ich würde sagen, der ist erledigt. Hallo. Ach komm, wir gehen gleich hoch gucken. Eine Schüssel, okay, da hätte ich wohl auch reingekonnt. Hier ist ja sonst gar nichts. Komm, hier. Oh, Hearth Potions. Zwei Stück. Da sind wir auch voll mit inzwischen. Na, das ist doch eigentlich voll gut. Mhm. Schöner Balkon. Okay, wir arbeiten uns durch die Stadt mit Hilfe von Percy. Haha, wir arbeiten uns durch die Stadt. Haha, wir arbeiten uns hier. Haha, wir arbeiten uns hier. Okay, wir arbeiten, Percy. Oh. Ach, das Brich! Bist du okay? Ich versuche einen anderen Weg zu finden. Wenn ich kann, ich gehe rund um und treffen dich nur auf der Straße. Wenn wir nicht brauchen, ich sage ihn einfach zu gehen, ich sage ihn einfach zu gehen, ein Mannesartig. Ich versuche einen Mannesartig. Hm. Hm. Ich versuche den Mannesartig. Okay. Okay. Oh, ich bin doch gar nicht schlau. Ah, zack. Okay, die Wache hat sogar überlebt. Wahnsinn. Hm, bin ich auch voll. Mann, Mann, Mann. Ähm, ah, hier. Sehr schön. Oh, ein Pilzi. Der ist natürlich immer gern gesehen. Da bin ich noch nicht voll. Hast du deine Portion Pilzsuppe schon gegessen heute? Junge, lern mal zielen. Oh, was ich noch nicht? Was ist so schön, was ich? Verwarte, um zu sterben. Ja! 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 Und tschüss würde ich sagen. Ah, schöne Kirche. Oder was auch immer das ist. Sieht ein bisschen kirchlich aus. Da machen wir direkt mal ran, da alle. Ich meine wir haben jetzt eh schon irgendwelche Toten. Nochmal beerdigt. Ist jetzt auch egal. Gucken wir mal, ob wir da noch irgendwas super geiles finden. Sieht aber eh nicht so aus. Gehen wir mal da weiter. Gehen wir weiter. Ja. Hm. Leanna could have told the priest to open it for you. Okay. Also wenn wir die Leanna nicht einfach gebänden hätten, wären wir da jetzt reingekommen. Tja. Was muss ich denn dann machen? Zurück und einen anderen Weg finden. Super. Hauptsache die Toilette hat eine gescheite Tür. Dann müssen wir mal hier gucken. Ein Heilmagier. Machen wir den Magier. Okay. Gib mir eine Sorge. Ich kann dich kämpfen. Du bekommst eine Chance, deine Valor zu prüfen. Und wenn du dich noch anzuhalten und das lass mich heilen lassen, dann könntest du sogar leben, um es zu erzählen. Soll es nur weiter zu tun. Jochen. Schau dir. Wenn die Worms Untertitelung im Auftrag des ZDF überしい Sehr schön. Boah, da sind ja noch zwei. Und tschüss, Alter. Hm, da hat eben was komisch Leuchtenes gelegen. Naja. Äh, gucken wir mal weiter. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Dahinter? Keine Ahnung. Wir suchen eigentlich nur Percy. Percy, 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 Percy. Ah, die kommen jetzt mit. Nice. Haha. Sie können aber nicht mitspringen. Ihh, au, au. Dann hier. Aber hier ist natürlich überhaupt nichts. Nee, da kam ich her, oder? Nee, da hinten kam ich her. Uh, da sind sie. Boah, gleich vier. Tja, da waren es nur noch zwei. Also, die Ghoul hier oben, die sind irgendwie harmloser. Ich glaube, wir sind inzwischen relativ ghoul safe. Hm, ghoul safe. Okay, hier geht's aber auf jeden Fall weiter. Very nice, Ike. Mhm, mhm, mhm. Berry juice, hm? Kann man ja eigentlich nicht mehr vertrauen in dem Zeug, aber... Ha! Ich nehme nicht die Health Potion. Ich nehme immer den. Das verwirrt die Besitzer. Master Thief Outfit. Okay, das haben wir auch schon. Oder zumindest gesehen. Oh, wie ein Saft. Hm. Was ist das? Ein Lightning Shield. Das haben wir auch schon. Egal. Ich hoffe mal, das war nicht die Percy. Oh, die... Die Ghoul-Anwohner. Ich muss sie erlösen. So, als letzten guten... ...Dingsi, den ich in meinem Leben noch vollführe. Bevor ich zum absoluten... ...Überdiskuten... ...Freak-Wert. Oh, noch mehr. Oh, wie ein Zurück-Torkel. Okay, jetzt. Achtung. Ich glaube, ich habe gerade sagen, der lebt doch noch. Wacht, kommt ja noch einer. Verschlossen. Da oben geht es aber auch nicht rein. Hier sehe ich auch nichts. Ne, dann gehen wir halt weiter. Oh, ich kann jetzt mehr Sachen tragen. Oh, ich kann jetzt mehr Sachen tragen. Und deswegen konnte ich auch den Bären-Saf aufnehmen. Okay. Dann sagt mir das keiner. Das ist ja krass. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Okay. Finde ich gut. Boah, hoffentlich läuft der jetzt nicht in meine Schwerder. Alles klar. Geh dann im Ohr! Oh! 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 Oh, den hätte ich auch noch mal treffen können. Oh, ja. Oh, scheiße. Ich bin bereit, dass ich da drin bin. Oh, das ist gar nicht möglich. So. die hatten finde ich viel zu viel spaß und die lebensenergie regeneriert sich die ganze zeit sogar klung 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 schon sind wir wieder voll ist einfach wundervoll alles klar mann kannst aufmachen ja danke klatsch so und da das jetzt ein guter schnitt ist dann wäre auch gerade hier gut durch die stadt gekommen sind in einer folge würde ich sagen gucken wir dann beim nächsten mal weiter wie es eine zitadelle aussieht bis dahin wünsche ich euch mal bei bei gleich von